Kick! Die Vorbereitungen für die Sports Days laufen auf Hochtouren. Wir waren in der Branche unterwegs und haben gefragt, weshalb wir die Sports Days besuchen sollen. Also für uns sind die Sports Days wichtig, für die Lieferanten. Und ich behaupte, das ist für den Handel so, das ist die Zukunft für den Schweizer Sportfachhandel, die Sports Days. Weil wir nicht gerade sehr positive Feedbacks haben von der internationalen Messe. Und es ist zwingend, dass wir da in der Schweiz eine Plattform haben. Und daher ist es zwingend, dass die Händler sowie die Lieferanten an diesen Sports Days teilnehmen.